Wie heißt sie denn? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir werden sie gleich sehen, oder? So dass er auch drauf ist. Mrs. Hanky. Hat sie keinen eigenen Namen? Stimmt. Alles klar. Ich muss los und sehen, ob irgendwer ein paar Pillen runtergespielt hat. Bis später. Tschüss. Ege. Setzt er sich da drauf? Alter. Das geht doch nicht. Ach so, diese Spiele. Das RT. Das ist immer, immer ein bisschen doof. Dadurch ist es sich wirklich, wie sofort zum Land, äh, mit Land, äh, dadurch, dass ich, äh, das ist immer, ich muss ja raus. Das ist, dass ich wirklich so wenig mit Controller spiele, muss ich immer erst mal drauf gucken, welche Taste ich überhaupt drücken muss. Was ist der Delfinator aus dem Denver-Aquarium? Irgendwas mit Snuff-Port, was, alter? Das hat er. Und dann hat er mit den Schrank. damals nächste level erfasst schon so was aber den hier schöne abgebogen von to set und weil wenn die schluss machen auch ein schatten ist wir sonst haben wir nicht wir können wir noch in den schrank gucken oder die exo figur so im so vom besorgen das kriegen wir hin und eigentlich wollte ich was zum teuerwer hat die scheiße mit unserem badezimmer angestellt ist es voller scheiße ja entschuldige würde aber da gab es hier kleine explosion ist auch ja weil ich danke sollte bringen wir immer seine katze wieder dann können wir doch nicht nur uns fehlt auf jeden fall noch eine ein Sidekick Adplug offensichtlich ok Juhu Jetzt habe ich mich mit Soße besprennt Ah du Schrein So Wo stecken denn bloß meine kleinen Mietzis? Was würde ich bloß ohne meine kleinen süßen Mietzis machen? Wir haben doch deine Mietzis tragen alle rosa Halstücher Sag mir bitte wenn du eine siehst Ach so Himmel der furzende Selbstjustizler Haben wir schon? Ich glaube wir haben schon ne? Ja Ach der hat mehrere Katzen verloren Sie sind flink aber ein kleiner Held wie du findet schon einen Weg sie zu fangen Kannst du meine Kätzchen suchen? Ohne sie habe ich einfach überhaupt keine Lust auf gar nichts Das tut mir leid Ach so oh ich dachte der hat nur eine verloren Weil wir haben mal ein paar um die Stadt gesehen aber ich dachte nicht dass es alles seine sind Na gut dann würde ich sagen erstmal zu Cartman Ich bin Nels in der Stadt Ja 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 Mit der Hauptsache ich werde nicht mehr auf den Tisch Läuft gut von der Arsch So Wie bitte ne? Guten Tag Genau das muss ja was sein Du musst ja gleich sein hier da Ja kann nun Mein Code hat er uns ja schon geschickt keine mädchen erlaubt erlaubt zugang zum heimkuchen versteckt ist ja ja moment was kuhnkuchen minimale menge die kostüme können wir alle kaufen so ähm oh 90 buchtein historik da das ist ein Problem als Junge ein bisschen feminin auszusehen bleibt ihr selbst treu Alter was Kuhnstar hat eine Ewigkeit. Ja da Kuhn so, ne. Auch neins. 80... Was... ältesten Schlundrezept. 93. Die sind teuer. Ich kaufe die nicht. So, wir brauchen einmal Gummis. Das ist jeder wie ein junger Haus, noch wie ein Mädchen. Das ist jeder wie ein junger Haus, noch wie ein Mädchen. Das ist die friends. Was? Ok Danke für den Besuch des offiziellen Coolen Friends Store Ja, ja, kein Problem Was ist los? Na? Professor Kors? Hä? Das ist doch nicht besser Hey, was soll denn 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 das? So Mir hat fallen die Folgen wieder ein, die der jetzt wieder da drin hat zu wollen Was ist los? Ja, ja, ja Ja, cool Alles bestens, alles bestens Unenkeit Entschuldigung Diabetes Was sag ich denn nicht? Hey, ich hab ne Mission für dich, sie heißt Lars Craig in Ruhe Ok, Mission erfüllt Ja! Ok, weiter gehts So, geht da Peter Kuhn, Freunde, diese düstere Zeiten Wir wissen jetzt mit Sicherheit Dass die vermisste Katze Scramble Teil einer Verschwörung ist Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pals Mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute Vielleicht haben die Freedom Pals den besterlos Superhelden-Franchise Geil Oh, eingeschaut Hey, was laberst du, der Moskito? Die Freedom Pals sind uns nur gerade eins voraus, weil sie konfikte Betrüger sind, die sich kaufen lassen Aber die Freedom Pals haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann Aber nur weil er das gesagt hat Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt Ich hab die Macht, fucking alles zu machen Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die Wir müssen wissen, was die Freedom Pals wissen Und warum sollten die Freedom Pals uns helfen? Wir schicken den Spion Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pals überlaufen Jemanden, den sie nicht so gut kennen Ach komm schon Wunderarsch tritt den Freedom Pals bei Und checkt mit ihm dann das Gemeindefektum aus Hoffentlich ist er neuer und guter Lügner Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht auftreten Die Eltern jeden Tag nicht Ich krieg Wunderarsch da rein Ich hab Hecker-Fähigkeiten Ich bin ein Gadget-Meister und super mit Technik scheiß Keine Chance, du sagst das nur um aus dem Platz zu kommen Lass ihn raus, Wunderarsch braucht ihn Na gut Jaaa Ich Wunderarsch in die Basis der Freedom Pals Okay Sollte er wieder komisch kommen, töte ihn Was? Okay Geil Professor K ist im Bates Haus Geil Juuu Äh, das ist ja geil Da haben wir jetzt schon die letzte Fähigkeit Du sollst doch ein Freedom Pals sein Hey, was machst du hier? Alter, du bist doch jetzt in Freedom Pals Okay, raus jetzt Freedom Pals Los Du arbeitest einer Kamer, schieb da da hier raus Die Doppelagenten-Sache ist ein Klassiker Wer auch was für Bebo für den Wunderarschfilm Hm, ja, ja, vom Wunderarschfilm? Okay, da bin ich dabei Ähm, so Wollen wir schauen Okay, wir sollen jetzt im Bates Haus Ich weiß gar nicht, welches das ist Ich weiß gar nicht, welches das ist Oder mit Professor K aus treffen Ich weiß gar nicht, was das ist Einfach nur nach links, ne? Was das für? Das ist Professor K aus dem Bates Haus direkt daneben Was ist das denn? Achso, das sind die 30 Jui 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 Wir haben uns gleich daneben Okay Bereit mit mir die Flügelperls zu hintergehen? Gut, komm Ich muss doch meine Lerkein holen Wo denn? Ja, da schon wieder Ja, komm Hereinspaziert in die Chaoskammer Die Schrecken da drin wirst du nie mehr vergessen Oh Dann würde ich da lieber nicht rein Chaos Ich hab nicht aufgeräumt Pass auf, wo du hintrittst Da ist was an der Wand Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein Nein Oh, warte so Mein Larkai Na, wir haben ein paar Steuerkonsolen zu hacken Okay Ab zur Basis zufrieden Feldern Ah Wo bist du gewesen? Hey Dad Ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten Ich war mit meinem Homie und ich wollten wirklich nicht Komm mir ja nicht mit tut mir leid Und du, wer bist du überhaupt? Du musst was sagen, wer bist du das nicht? Ich hab dich was gefragt, wer bist du? Bitte, bitte tu das nicht Jetzt reicht's Butters, du hast Hausarrest und das gilt doch für deinen klugscheißer Kumpel äh was und so sauf Professor Kaos für den Rest seiner Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis ähm ok wie das? ich bin da ganz lang ein Rezept ich hab den Hausseres Blues ich glaub ich geb mir den Schuss ok wir sollen irgendwelche Sachen einsammeln hab gar nicht gelesen äh Bild von Lexus aus Wiener raus manifest alter äh geklaute italienische Pässe hier unten auch nochmal ne? mach keine Mögen bringt nichts bei dem Hausarresthub gibt es kein Entkommen äh ich hab die Folie des Raketenschiffs zu einem Hör bestimmt äh ja mein Dad hat ein neues Schloss angebracht mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken abzuhauen wie krieg ich das jetzt? mein Dad hat ein neues Schloss angebracht mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht mal dran denken abzuhauen ja ja lag keine Flügel sehr gut ich schaffe dir den Hamster kriege ich jetzt den Hamster? äh 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 Was ist denn das denn? Ach, Mann! Ja. Okay. Beschaff ich dir denn ein Hamster? Guck. Wie kriege ich den Hamster da raus? Äh, ich... Versteh's nicht. Du kannst dir mal andere Sachen leiden als Teamkammerad. das rezept gerade gefunden fliegender lakai hergestellt und gleich nur das level sehr gut so können wir auch die über herstellen also bereits habe ich gesagt gerade wieso sind die noch da Komm mal aus Backers Haus. Bin ich jetzt einfach hier raus? Oh, oh. Okay. Ja, schätze. Was mache ich jetzt mit dem Fliegel? Na, kein. Achso. Hey, was soll denn das? Was sollen wir jetzt tun? Achso. Ah, okay. Warte, ich rufe dich. Ach komm bitte näher. Na gut, aber pass auf ihn auf. Ah, nein. Nein. Das ist Hacken. Jippie. Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten. Das ist Hacken? Nein. 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 Achteratz. Nein. Wir sind nicht Mr. Sklave. Wir haben ja schon alles versuchten, oder? Wir haben ja schon alles versuchten, oder? Wir sind schon. Ach, der war mir gar nicht. Ein mega Zahnersatz. Was? Alter. Da ist die Oma. Ach, dieser so übel. Mit dem Abend deinem Butters das Leben ganz schön zur Hölle gemacht. Äh. Aber wo wecken? Jetzt gehen wir sehr fährauf, oder? Jawoll. So. Butters, ich rufe dich und deine Nakaien. Oh, eigentlich habe ich hier drin nichts zu suchen. Ach, ich glaube... Nein. Oh Gott, so kann ich ein sicher ausgerissen haben! Äh. Okay, mach'ne Fliege, Tschau. Was? Wessess, politicianen... Wesselingfoto! Ja, ja, äh. Ring der Überfüllung! Ja, genau! also denn der regen der überfüllung generell zwei neue wo ist denn der ring ist das große darin der überfüllung ja ja der ist besser sind jetzt wieder herstellung sinkt ein bisschen so wie geht man mit einem schuh ich dann fragen wer auf dem foto ist wir haben schon gemeistert gehen wir mal lieber gab sie doch ein zimmer aber das ist unmöglich ich habe hier aus der reise wie kannst du da jetzt hier sein keine böse magie ist hier nicht willkommen das ist die Gebäude und weil die guten Freunde helfen mir aus wenn wir würden können erst den Kampfer können mit dem mit der Kraft wenn du mit einer Kraft ihren Hauser aufgrund was sagt die kraft hauser aufzeigen ersetzt den kampf deine ultimativ fähigkeit ich hätte aber eigentlich hier können wir noch zwei aufheben das dauert desto jahre alter ist es geht bei dir ab so gut den tag so was passiert wenn kinder keine disziplin lernen 2000 2.000 und er schlägt Kinder Moment wer will noch aus Arrest vielleicht die Haare oh Hamburger hau sie weg Neuer so ähm soll ich hau die mal erstmal ein 1 ich bin gar nicht mehr als eine schuld das gut gut ich bin Ich will den ersten aber nicht. Ah! Der Neue ist Hausarrest-Resistent! Es ist wie ein Wunder, Leute! Verdammt! Äh, Alter! Das nenne ich Disziplin! Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Oh, Mann! Seid ihr Chaoten jetzt zufrieden? Okay, wir holen wieder den Kuhn raus! Ja, kein Hausarrest mehr! Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben! Das ist wie es Crumbles, ihr Bastarde! So, wieviel? Oh, 150 Würfel, das lohnt sich nicht! Das sind die Stärkse, eine ganz normale Angriff. Da hat er... Ach, nimm mich! Ich trink mal einen Schluck! Da wieder da! Ja? Es ist zu deinem Besten! Oh, komm! Das ist mal eine saubere, früge Straße! Wer will noch Hausarrest? Vielleicht ihr alle? Ja, das wär echt schön, euer Freund zu sein, Leute! Los, munter Arsch! So, gehen wir wieder? Ja, so zusammen! Hm... Ich stelle mich erst mal hier... Ach, ne, nein! Hier, wir holen mal Human Kite raus! Nö, nö! Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben! Nö, nö! Bereits am Abflug! So! Wie stark ist dein Design-O-Inomativ-Krank? 200 plus Feuer, das machen wir, oder? Nö, nö, nö! Nö, nö, nö! Denn, wir brauchen unbedingt den Elementar-Schon! Sonst können wir den seine 2.000 einfach nicht anschauen! So, jetzt brennen! Und bluten! Jetzt komm auf dein Zimmer, Badass! Ja, gleich! Ich will nur sehen, wie das hier ausgeht! Ja, Badass ist wahrscheinlich nicht gut für dich! Oh-oh! Bist du jetzt bereit, Anstand zu lernen? Nö! Hat jemand von euch geflucht? Hausarrest! Nein, sowas würden wir nie tun! Nein, sowas würden wir nie tun! Du spielst mit Feuer? Ja, dafür gibt's Hausarrest! Schlag-Sie für den Kuhn-Furz-Kisten! So, komm ich hier irgendwie aus dem Weg? Die Kuhn, äh, ich krieg einen raus, aber ich könnte mich eigentlich meinen... In Lift, Wiederbelebung... So, Dankeschön! Wieder dabei! Wir dürfen auf keinen Fall sterben! Es reicht! Du hast Hausarrest! So, dann wollen wir mal ruhig gehen! Können wir mal ruhig gehen? Warte, was hast du das? So, berühm mal Badass raus, oder? Chaos ist frei! Hey, nur Erwachsene können Hausarrest von Kindern aufheben! Wer das denkst du? Hey, Dave, vielleicht weißt du schon, aber ich bin jetzt dein Superheld! Nein, du bist kein Superheld! Wieso ist B gesperrt? Was ist das? Wieso ist B gesperrt? Sondern verwirrt und schockt den Gegner, und das ist gut! Boah, das geht richtig weit! Krass! Was? Können wir uns ja sonst nur hinstellen! Wenn hier herstellen soll? Warte, wenn nicht bald was passiert, kriegst du Doppeltausarrest! Oh nein! Wahahahahahaha! Oh! 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 Das tut mir echt voll leid, Leute! Oh, das tut mir echt voll leid, Leute! Oh! You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class. There's nothing left to talk about. Pitman! Do not give me those sad puppy-eyes! You are not going to have three classes! Ich habe 20,000 Dollar gekauft, aber nur ein paar Hundert für das, so ihr wisst, was ich mache mit dem Rest? Go to Paris and get a P-doll enhancement and fuck French Jicks? Super Craig